Erster Versuch Pilzlampe war definitiv ein Fail. Dieses Granit hat sich hier am Boden abgesetzt und ist noch halb wabbelig. Dazu möchte ich jetzt glaube ich nichts Näheres sagen. Sie ist kind of cool, aber sie ist nicht cute. Und deshalb machen wir das Ganze neu. Let's go! Ich bin da und wir fixen jetzt das Problem. Diesmal machen wir es anders. Erstmal nehme ich das hier. Ich nehme diese Schüssel hier. Braucht ihr noch dieses Licht? Wir gehen das Ganze jetzt professioneller an. Morgen kommt das Video dazu.